Und ich glaube, ich nehme noch... Ne, ich nehme 5 Brander mit. 5 Brander und... 5 Speerträger. 5 Brander, 5 Brander, 5 Brander. Und so wie es aussieht, haben wir sehr viel Zeug jetzt hier, das wir einfach nur zu Geld machen können. Genauso hier. Hier haben wir gerade nichts. Hier haben wir auch genug, was wir verkaufen können. Und ja, ich warte eigentlich nur noch auf die Nahrung. Das kann aber auch noch ein bisschen dauern. Es wird zwar ein Haufen Nahrung produziert... Oh, wieder 3 Feuerlinge. Und dann nochmal... wohin dorthin also ich bin gerade überlegen ob ich doch wenigstens drei feuerwerfer errichten sollte so teuer sind sie ja nicht gerade wo sonst wir werden angegriffen das ist ein verfluchter überfall ist was die linien müssen halten ok der wird leider angegriffen ja auch nicht mehr 9 einfach da sind wieder die basilisken und der feuer meister runenkrieger zu mir du solltest nicht weg laufen vorsicht gegner wir werden angegriffen ja gott jetzt wird es langsam etwas das ist ein hinterhalt schlimmer es war es Das Gebäude ist ein Zünder. Arbeit, immer nur Arbeit. Runenkrieger, zu mir! Stand halten, Männer! Vorsicht, Gegner! Okay, Feuermeister. Und ich sehe da oben Sklave des Feuers. Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Das Gebäude ist einsatzbereit. Runenkrieger, zu mir! Lasst uns lieber Krieg führen. So, die haben da oben noch ein bisschen Holz. Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Stand halten, Männer! Der Feuermeister rückt ab. Stand halten, Männer! Das Gebäude ist einsatzbereit. Ist was! Die Linien müssen halten! Ich sehe noch einen vierten hier. Ja, kriege ich. So, genug Nachwuchs gesammelt für das letzte Upgrade. Ein paar Brander wollte ich. Ja, der betet am Ende der Schamann. Schamann-Hütte rum, für die Brander. Feuerlinge. Oh! Wohin? Neue Holzfällerhütte errichten. Was jetzt? Wo sonst? Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Irgendwie ist es doch schön, mal selber Feuerwerfer zu haben. Ich bin nicht auf, kein Feuerwerk. Wir werden geholfen, nicht aufschauen. Oder es ist kein Feuerwerk ist. Eine- wenn wir noch nicht ausgelassen. Mit dem Feuerwerk ist die Skröte. Ich bin jetzt dabei genauso. Ich bin jetzt ein Feuerwerk. Also ja, solange sie sich auf meinen Avatar konzentrieren und von allen vier Türmen beballert werden können, sollte da nichts durchkommen im Augenblick. Außer sie fahren mit einer riesigen Armee auf. So, es ist die große Frage, will ich jetzt schon in den Schmalt hinab oder machen wir das in der nächsten Aufnahme-Session? Oh, da kann ich die niederen Dämonen vielleicht zu uns hochlocken und sie an den Feuerwerfern zermürben. Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Stand halten, Männer! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Oh, der Feuerschmucker kommt hier an. Oh, und da kommen Feuerlinge. Okay. Okay. Aber ja, unsere Linien-Vorräte sind alle. Also das ist ein Linien, was wir sammeln können. Wir haben noch das, was wir da oben haben. Und da das, was so nach und nach ein bisschen respawnt. Brunenkrieger, zu mir! So, zermürben wir die hier noch. Oh, die niederen Dämonen sind jetzt nur da hinten hin. Ah. Okay. Kommt noch was hier durch? Oh ja, noch ein Kompanie Feuerlinge kommt auf uns zugerannt. Machen wir die noch platt und dann speichern wir am besten und dann geben wir in der nächsten Aufnahmesession in den Spalt. Tue wie befohlen! Ja genau, ihr vier da. Kommt ruhig zu Papa. Oh, tolle. Habe ich sogar auf Stufe 11 eine Rune. Stand halten, Männer! Wo sind die nicht zurückweichen? Bin schon auf halbem Weg. Das ist ein Hinterhalt! Zu den Waffen! Noch mehr Feuerlinge. Das ist überhaupt kein Ende. Krieg! Oh, und wir haben schon einen Speerträger verloren. Die Linien müssen halten! Ich rieche Blut. Tue wie befohlen! Runenkrieger! Zu mir! Die Linien müssen halten! So. Das nehme ich jetzt aber als Vorwand zum Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. So. Vielen Dank.